Ja, oh, guten Morgen Habit, ich habe nicht einmal der Computer oder der Send-Jahr geschaut. Hi, guten Morgen, guten Morgen Habit, servus, wie geht's denn? Also, liebe Habit, alle, die das Video dann anschauen und den Streamers anschauen, der liebe YouTube-Habit hat auch einen super YouTube-Kanal, ist ein wunderbarer junger, herzlicher Mann. Schaut alle bei ihm vorbei, bei seinem Kanal, bitte. Ja, danke, ich bin heute auf, bei uns renkt's. Ich bin jetzt schnell auf, weil ich wollte um 9 Uhr eine Wohnung räumen, eine große Wohnung habe ich gekauft. Aber jetzt renkt's, jetzt haben wir das wahrscheinlich auf Nachmittag verschoben oder auf morgen, weiß noch nicht, wie das Wetter ist. Dann schauen wir uns das an. Und, wie geht's dir, lieber Habit? Nein, du, ich bin dort vor einer Stunde auf. Wie geht's dir, lieber Habit? Ja, kein Problem. Du, wie geht's dir, lieber Habit? ist Voll, was die wieder Also, ja, passt, lieber Habit. Ja, also ich muss sagen, ich mache das früher, normal wollte ich um 1 Uhr, aber ich wollte heute in die neue Wohnung umziehen, also ich habe noch Zeit, bis das ganze Monat, oder wann es regnet. Okay, also kommen wir jetzt zu dem Skin. Okay, ich zeige einmal den Itemshop. Das ist der Fokus-Skin, die Zukunft im Blick, Teil des Fokus-Punkt-Sets, wie ihr sehen könnt, der hat eine Maske auf, ich glaube, da kann es sein, dass da eventuell einmal kommt, dass man die Maske herunternehmen kann. Ich muss sagen, ich finde sie cool, mir gefällt sie. Lieber Habit, wie gefällt dir der? Also, mir gefällt sie. Also, ich kann nichts sagen, mir gefällt sie. Ich finde sie cool. Natürlich gibt es schon so einen Skin in der Art, also das sind die Ninja-Kämpfer, die weiß-blauen. Ist im Endeffel quasi nachgemacht alles. Aber trotzdem sieht sie schon cool aus, finde ich. Dann hat sie einen Rücken, als es war. Todesgrüße aus Neo-Dilted sogar heißt das. Ui. Mit einem Nunchako-Paket. Ja, 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 okay. Okay, okay. Dann hätten wir da die Spitzhacke-Fixierung. So, hört sich der an. Okay. Okay, passt. Ich habe dazu ausgewählt, von der Farbkombi her, den Standard-Siegelsgleiter, weil er von der Farbe her dazu passt. Und bei der Waffenlackierung habe ich jetzt die Wellenwirbel genommen. Man kann natürlich auch das Verband nehmen, das passt natürlich auch wunderbar dazu. Aber ich habe mich für die Wellenwirbel entschieden. Ja, weiß nicht. Mir gefällt das, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja. Nebenbei, das ist mein 409. Skin. Wie ihr sehen könnt, das sind alle die letzten 14 Tage oder was bei der Sommerzeit gekommen ist. Ja. Okay. Was wollte ich noch sagen? Ja. Gibt es noch irgendwas? Nein, glaube nicht. Nein. Passt. Ich hoffe, mein Internet hält. Oh, Nachbarsbaum. Servus. Grüß dich. Okay. Ja, da ist heute um 2 Uhr ein neues Skin wiedergekommen. Der Focus Skin. Ich finde sie cool. Ich finde sie cool. Nur natürlich hat sie Epic wieder nicht viel Arbeit gemacht, weil sie haben im Endeffekt fast gleich wie sie. Nur andere Hose und so vom Stil her haben sie noch nicht viel verändert. Ja, also wie gesagt, ich habe da den Standard Siegelgleiter genommen durch die Farbe und ich habe den Wellenwirbel genommen. Wie ihr sehen könnt, sie besitzen ja sowieso alle Tänzer, alle Gleiter, alle Spielzeugen. Alle. Die seltensten alles. Und alle natürlich Waffendesigns, was es gibt. Alle. Alle, ja. Und natürlich kann man auch den Verbanter dazu nehmen, gell? Aber ich habe mich trotzdem für den Wellenwirbel entschieden, weil den habe ich, glaube ich, einmal noch gespielt irgendwo rum. Und darum habe ich den Wellenwirbel genommen. Mal anschauen, wie das im Spiel ausschaut. Ich werde jetzt mal, das ist mein erstes Spiel heute. Aber bist du on, willst du mitspielen, eine Runde oder Nachbarsburm? Ich bin nämlich gerade wirklich vor einer Stunde auslaufen. Ich habe noch gar nicht gespielt heute. Ich spiele ein Spiel einmal Solo. Mal schauen, wie das im Spiel ausschaut. Was ist denn los? Okay, du bist ... Ich bin gespannt ... Ich bin gespannt, wie man das ... Ich bin gespannt, wie es das macht ... Ich bin gespannt, wie es das macht. Ich bin gespannt. Gut, super, freut mich, Luki. Der liebe Lukas ist ein Schulkammerat, Schulfreund von meinem Sohn. Spielt auf der Switch, spielt auch sehr gut, hat schon irgendwie trainiert. Aber spielt öfters mit meinem Sohn zusammen und spielt super Fußball, der liebe Luki. Luki, liebe Grüße an deinen Papa, Mama und Opa, Oma. So, das ist mein erstes Spiel heute. Bei uns reinge das Luki, bei uns reinge es ja. Ich wollte halt die Wohnung umziehen. Jetzt haben wir das auf Nachmittag verschoben. So, ja, geht's weg. Wenn ich den tanze, den Tanz habe ich am ersten Tag für Season. Ich kann nicht mehr her an ihr Kasperl. Weil ich habe ja gleich ein paar Spiele gehabt. Ja, da, schaut her. So. Nach drei Monaten tanzen ich den Tanz zuerst. Ich kriege es nicht Kopf frei. So, mein erstes Spiel heute in Sports. Bin in einem kleinen. Was, du, Luki, bist du ein klein? Leit, ehrlich? Wie heißt denn, der klein? Jetzt habe ich vergleichsweise mal hingefliegt. Nein, sehr wurscht. Also, ich habe dazu den Standard-Siegelsschirm genommen. Ich glaube, der Farbkombi. Ja, 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 ja. Okay, okay. Hätte ich vielleicht können den Siegesgleiter von der Season auch nehmen. Kann ich auch probieren einmal. Schauen wir mal, wo wir hinfliegen in Ruhe. Einmal ein bisschen länger. Das ist mein erstes Spiel heute. Entschuldigung. Oh, Petscher, servas. Graumütze-Klan. Hey, Luki. Hi, servas, Petscher. Wie geht's dir, Petscher? Also, das ist der Focus-Skin, mein 409.Skin. Ich habe den Standard-Gleiter genommen, weil von der Farbe nicht besten passt. Ihr könnt, glaube ich, probieren einmal den Neo-Tilted, den neuen. Ich fliege einmal Snubi-Schorst, oder? Ja, wir schauen, kommt da wer. Aber dann könnte ich da auch schnauben, ist egal, geht der Wurscht. Komm er da runter. Und, ja, ja, Neo-Tilted vielleicht, wir schauen. Mit dem Wellen-Design ist es ein bisschen dunkel, aber von der Farbe her passt es. Ah, im Sonnenlicht sieht man das gut. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Nein, gefällt mir mehr. Also, ja, okay. Soll ich jetzt in die Spitzheit gehen? Schauen wir mal, okay. Ah, ich finde einen coolen Skin. Hinten mit dem Nujako-Rucksack, mich gefällt der. Und ich glaube fast, dass die Frau da wahrscheinlich, sag ich mal, irgendwann, dass man da die Maske abnehmen kann. Oh, der Zweitbeste im Kran. Musste kurz weg, was habe ich verpasst? Ah, lieber, da war noch gar nichts. Ich bin da gelandet. Ah, ich habe da gar nichts verpasst, mein Irrückchen. Weil, es ist mein erstes Spiel. Also, wie gesagt, mit dem Waffendesign Wellen, ja, ja, ja. Oder ich kann auch wirklich verpandt eine probieren. Schauen wir mal. Ist egal. Was? Was, Luki, der Zweitbeste? Luki, wann kann ich den Kleinen nachschauen? Das würde mich jetzt schon interessieren. Was? Wie viele Mitglieder hat der Kleinen, Luki? Wäre es so lieb? Ich will telefonieren dann, Luki. Was ehrlich sagen. Ich spiele die, äh. Ah, okay. Okay, muss ich den Controller noch ein bisschen umstellen. Also, Waffen ist ein Wellengang. Ich glaube, ich kann die verpandt auch hineingehen. Okay, nice. Wie immer, nichts bei mir. Hi, Twitch. Ja, servus. Guten Morgen, servus. Twitch. Wie geht's dann? Also, es ist der neue Focus King mit der Spitzhacke. So hört sich die Spitzhacke an. Ich habe den Wellengang hineingegeben. Waffen, die sein kann, verpandt natürlich auch hineingehen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich möchte mal was anderes probieren. So, wann gibt es mal ein Wellengang vor? Oder gibt es sowas nicht im Spiel? Man weiß es nicht. Das ist die Zone. Ui. Okay, Sturmflug, Luftflug. In die Bauhandlung. Okay, nice. Was ist das? Saukbeck. Ja, danke, lieber Twitch. Danke, danke. Geht's schon, geht's schon. Ich bin machten ins Trim heute früher, weil ich eine neue Wohnung gekauft habe und ich würde da umziehen. Aber bei uns regnet das, gell, Luki? Darum, weil der Luki, der Agnes Friedl, ist ein Schulkamerad, Schulfreund von meinem Sohn. Sehr guter Freund. Ich bin auch zusammen im Fußball. Und der ist jetzt gerade in meinem Stream auch. Das gibt's ja nicht. Ganz, kein Ahn. Ganz gepumpt, ganz, das ist ja ein Witz. Wurscht. Das ist das erste Spiel. Danke, freut mich, dass es gut geht. Mir ja, dass es dir gut geht. Oh, der liebe Alex vom FDP-Klan hat auch einen YouTube-Kanal, der liebe Alex vom FDP-Klan. Kannst du alle bitte bei ihm vorbeischauen, die was nachher das Video jetzt im Stream sind. Ist ein Österreicher, ganz ein Lieber, ist auch mein Freund. Der liebe Alex. Kannst du euch einschreiben von deinem, lieber Alex, von deinem, bitte, von deinem YouTube-Kanal? Ah, Zahne, ist egal, ich spiel nachher noch eins. Er macht einen Stream heute früh, normal wollte ich um ein Uhr, aber wir... noch nicht so viel Zeit habe. noch nicht so viel Zeit haben, aber ich schaue dir zu. Ich schaue dir zu, aber ich schaue dir zu, ich schaue dir zu, und lasse immer jedes Video natürlich erleichter, weil Alex, du bist korrekt und sympathisch. Was wollte ich denn sagen? Ja, wie gesagt, der Fokus-Kinn. Ich werde nachher die... Ich habe jetzt einen Wellengang als Waffendesign, weil es so dunkelblau-weiß animiert ist. Gleiter habe ich den Stande als Siegesgleiter genommen. Und ja, so das Kinn an und für sich, ich finde ihn nicht schlecht. Mir gefällt er auch. Also ich... Mir gefällt er auch. Ja, ah, danke, ja, ich finde er schaut auch gut aus. Also mir gefällt er auch. Danke, Twitch-Naggendment. Mir gefällt er auch. das ist mein, danke, Twitch-Naggendment. Mir auch. Alex geht es gut, super, super Alex. Mein, der Alex und ich, der liebe Alex mit dem YouTuber, FDP-Klern, hat einen Creator-Koch, hat es mit ihm vorbei. Was will ich denn sagen? Ganz liebe Grüße, ich kenne natürlich auch an Leser von Brian Modewy und an, oh, schüsse, an Mirko vom Stevie-WG, der YouTuber, was ist doch? was ist doch? was ist doch? was ist doch? Sie hat die Wellen gern genommen? Ja, die gefällt mir. Ich glaube, ich lasse die, weil der andere ist mir zu viel Weiß, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß jetzt zwar nicht, was ich gemacht habe, aber Bunkern ist nicht so schlecht. Nein, ich habe nicht einmal gepankert. Da war nur eine tactical Graue im ganzen Wikingerdorf. Okay, da kommt wer mit dem Huroport. Nice. So schaut die Wellen gern. Ja, in der Sonne schaut sie viel besser aus wie im Dunkeln. Ja, mir gefällt die mehr als die Verband. Das muss ich wirklich sagen. Spitzhacke. Wie ihr wisst, mein Account gehört zu den 20 Sendern. Das sind wertvollste. Ich besitze bis auf vier Skins. Also ich habe alle Kleider, alle Tänze, alle Wärtshoch. Ja bitte, gib sie einmal. Es kann ich nicht fein. Wieso kriege ich ein Band lang? Lade Babykiller ein. Ah, King, darf ich was erzählen? Ja, natürlich. Du darfst alles erzählen, lieber Twitch. Hey Twitch, ich gebe dir noch... Ah, warte einmal. Moderator hinzufügen. Der Alex, Gregar-Motorator. Jetzt dürfen alle Werbung machen bei mir, gell, für seinen Kanal. Nur nicht die ganzen Seiten-Follower. Kein Problem, jeder darf Werbung machen. Mir ist das egal, weil mein Account gehört zu den 20 Sendern. Das ist wertvollste 17.000 Euro. Mir ist das so wurscht. Da tun die Kasperl-Youtube umeinander mit ihren paar hundert Abonnenten oder ein paar tausend. Bitte keine Werbung machen. Ey, was soll das? Sind ja alles Arme, hat ja keiner was. Und dann glauben sie, es sind die Besten mit ihren paar tausend Abonnenten oder ein paar... Besten mit zwei, drei, hundert oder fünfhundert Abonnenten. Hey, King, kannst du... Nein, nein, nein. Hört mal auf, ey. Sind ja alle Arme. Hat ja keiner was. Dann tun sie auch wichtig umeinander. Oh, da unten ist der Hans, jetzt geh ich gleich sterben schnell, weil ich keine Band gehabt habe. Oh, Falle habe ich aber. Ist eine platzierte Falle da nicht her. Ja. War es mir das? daleende hex Gentil-Youtube. Da oben im Danke für die Bombenkran. Du fuhl. Danke, die Bombenkran. Du fuhl. Matthias meint der Twitch mich, äh, warte mal, King, darf ich dir was erzählen, meinte Twitch mich, bin mal kurz weg, Twitch, also es fing an, es sah ab, die Account hat einen Ard, geh mal, dann hat die Archäuble geändert, hat eine Account, ich hab kein Peh, den Account, Wer, wer, ich weiß jetzt nicht, wer, wer, Alex, ich weiß auch nicht, den FDP-Klein Alex, oder, wenn man Alex, du musst, ich kenn jetzt nicht aus, ich weiß jetzt nicht, what the fuck, ah, Riese, Hyper-Matter, lieber Alex, aha, Riese, Hyper, kenn ich den? Mein Internet hält, das freut mich, ich weiß auch nicht, warum, haha, sonst legt es immer, so, komisch, hey, ah, Gleiter, wenn ich mir mit, liebe Gleiter, mein Hyper-Matter, mein erstes Spiel, nein, bin ich schlecht, aber es ist, macht was Spaß, das Spiel, und ich bin so, da vorne ist ein Hansi, oh, da vorne ist ein Hansi, schauen wir mal, was er macht, ach, hey, Snipes, ah, hey, hab ich schon lange gebaut gehabt, wohin, hey, hallo, gar kein gesehen hätte, nur noch den untenen Hansi, geh auf, ich da, du full Hansi, ah, der Clown, der Gekke-Clown, ja, gut gemacht, Gekke-Clown, gut gemacht, ja, Hyper-Sision Club, meine Güte, Fußball-King, Clown, kauf doch mal einen 9-King, ha, also hast du kein Geld, du armer Buh, ja, so, hm, oh, Kevin, servus, servus, Kevin, hey, wieso, äh, Kevin, wieso gibt man jemand den Countdown, wenn man keine E-Mail-Zugriff hat, ja, 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 das sollte man nicht machen, ja, ich dachte, na, 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 ja, hey, Alex, es gibt noch mehr Alex auf dieser Welt, aha, hi, Kevin, wie geht's dann, so, nein, ich kenn die nicht, nein, 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 der hat der liebe Kevin, wie geht's denn, Kevin, gut, gut, passt, oh, ich mache heute den Stream früher, aus dem Grund, weil ich heute um 9 Uhr grundsätzlich mit einem Kollegen ausgemacht habe, dass wir die Wohnung ausräumen, nur bei uns regnet es, dann haben wir das auf Nachmittag verschoben, und außerdem bin ich schon so früh auf, und da wollte ich einen lieben Bass mehr an Kevin ärgern gehen, na, um 9 Uhr wollte ich heute noch bei uns regnen, das schüttet es, dann haben wir das verschoben, hat sich angerufen, oder er auch, die Kollegen mit dem Umziehen, die wollten mit einem riesen Anhänger kommen, weil du bist ja nicht da mit deinem LKW, lieber Kevin, aber ich habe natürlich die nächsten zwei Wochenzeit, bis Ende des Monats, aber grundsätzlich wollte man um 9 Uhr halt nicht starten, und bei uns hat es voll geregnet, oder regnet es noch immer, aber wir haben jetzt einmal, die Hälfte der Wohnung ist ausgeräumt, es geht super, dahin, danke lieber, danke lieber Kevin. Also, wie gesagt, der Fokuskin, jetzt werde ich einmal nur so zum Spaß, möchte ich gerne einmal auch den Siegesgleiter probieren, wie das ausschaut, die Kombi, und die Lackierung, den Verband nehmen, gell, ich möchte nur in die Kombi mal sehen, wie das ausschaut, im Spiel, gell, 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 gell. Und mit dem Mirko und Chris vom Stidi-WWG, der lieber Basme, Kevin, ist ein Ebay-Händler, mein bester Freund, hat auf Ebay GamerCode.net, könnt ihr alle bei ihm vorbeischauen, was dann in einem Stream oder das Video anschauen, auf Ebay.de, also Deutschland, gell, 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 gell. Also wie gesagt, das ist jetzt, glaube ich, mein 409. Skin, alle Exklusiven, da war ich mit dem lieber Kevin, mit dem Basme, was jetzt in meinem Stream ist, weltweit, ich sag's jetzt noch einmal, weltweit der Erste, was den vorgestellt hat, weltweit der Erste auf YouTube vorgestellt hat. Wunderskind, Kevin, der Basme, so was jetzt in meinem Chat ist, und ich weltweit die Ersten, was den vorgestellt hat, auf YouTube, an alle großen Fortnite-Youtuber Kaspar, wo sich Fortnite-Youtuber nennen. Ja. Ja, danke, 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 danke. Ja, aber wie gesagt, ich mach wirklich noch Skin-Vorstellungen. Ich hab jetzt zwar eine große Wohnung getan, und ihr könnt ein eigenes YouTube-Zimmer machen, aber leider mein Sohn hat keine Lust auf YouTube. Und auch nicht so mehr, er ist zur Zeit auch nicht so auf Fortnite, weil, ja, ich weiß nicht. Er hat andere, er kommt zu mir, er spielt ein paar Spiele, aber meistens spielt er mit seinen besten Freunden, mit King A, da spielt er dann ein bisschen GTA und ein bisschen Minecraft und ein bisschen Rocket League oder sonst was, nein, ein paar Spiele da mit, oder eben mit dem YouTuber, mit den großen, da wird immer eingeladen, da spielt er ein paar Spiele mit, und so, gell. Aber jetzt nicht mehr Suchten, so wie früher, außerdem ist er so gut, ich glaub der liebe Kevin, der Basme, der liebe, der liebe FTP-Klan, ja, 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 dein Sohn ist schlau, ja, nein, das passt. Und er ist sehr brav und ich bin sehr stolz auf meinen Sohn, er hat eine vierte klasse Volksschule, 1, 2 und alles 1er, und ja, passt. Ehe, wenn ich dich einlade, bitte nicht so laut drehe, schon ein bisschen leiser, weil, ich weiß nicht, ich bin alt, aber Patch, du kannst eine Runde mitspielen, ich lade dich ein. Ich hoffe, das Internet halt dann auch, weil jetzt hat es super gehalten. Ja, lieber Kevin, ich muss jetzt dafür, ich bin besser zur Zeit, weil ich bin ja schon seit voriger Woche mit Level 100 fertig, ich brauche nur mehr die Fortpites einsammeln, ja, nur mehr die Fortpites, und ja, jetzt tue ich mir eigentlich 70% GTA, weil ich da Geld sammeln muss, jetzt habe ich schon 20 Millionen wieder oben, für das Casino-Deal, was da kommt, muss ich ehrlich zugeben, ja. Ja, vielen Dank, Bridge Desmond, danke, danke, ja, nein, mein Sohn ist wirklich sehr, sehr ein braver Sohn. Ja, danke, lieber John Just-Chainer, danke, danke, ich bin schon groß, um vier, morgen Leute, Justin, hi, servus, lieber Justin, das wird ich cool, cool eilig geschrieben, hi Justin, freut mich, freut mich. Lieber Justin, ich mache nur Skin-Vorstellungen, ich komme aus Österreich, bin 44 Jahre, und ja, besitze einen der, also mein Sohn ist ein echtes, ein echter 7-0-Spieler, was 70 oder 80% der Fortnite-Spieler nicht sind, die sagen, sie sind es aber, weil sie sind es nicht, berühmt. Mein Account gehört zu den 20 Cent und wertvollsten auf der ganzen Welt, hat jetzt ca. einen Wert von 17.000 Euro, auch mit der Hilfe von lieben Kevin von Basme, ich muss mich bedanken bei dir. Ich besitze jetzt zur Zeit 490 Skins, mit allen exklusiven Skins, wobei ich da das Handy um 1.000 Euro in Österreich gekauft habe, Galaxy Note 4 hat bestellt, meine Schwester Sonner, mein Sohn hat das erste weltweit aus Galaxy S10 Plus in Österreich, vorbestellt um 1.000 Euro, Dark Vertex weltweit erster vorgestellt, WONDER erster vorgestellt mit dem Camion, mit dem Basme zusammen, und auch hier diesen weltweit der Erste gewesen, was vorgestellt hat. Gleiter natürlich dazu, dieser Account wurde nicht gemerscht, das ist ein Account von Season 0 weg, nicht so wie die großen YouTuber, die was gemerscht haben und auch keine Season 1 oder 2 Spieler sind, sondern die die Accounts gekauft haben und sie sagen, sie sind Schwarze Ritter. Und für mich und für meinen Sohn und auch für den lieben Kevin, die wirklich echte Season 0 Spieler sind, sind echte, weil da gibt es ganz wenige, weil wie wir, mein Sohn sich das 0 anfangen, da habe ich ja zugeschaut, wie er gespielt hat, da waren ganz wenige Menschen auf der Welt, die das gespielt haben. Für Kevin, den Basmei, für mich und meinen Sohn gibt es in echt nur 5 OG Skins, nur 5. Dazu zählen, die 5 OG Skins sind, Area Soul Trooper, Renegade Rider, Ghoul Trooper, OG Skull Trooper und Recon Expert. Alles andere, ob 11 Schwarze Ritter und die ganzen Casper Skins, die sind erst viel später gekommen, das sind keine OG Skins. An alle Kinder, Jugendlichen, die was das Spiel spielen, ja. Ja, 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 stimmt, Basmei. 10 Minuten, lieber Twitch? Ja, dann spiele ich noch ein Spiel mit dir und mit dem Badger, aber dann muss ich aufgehen. Ja, das stimmt, lieber Kevin, lieber Kevin, das stimmt. Ja, lieber Justin, John Justin, 490 Skins, das sind jetzt, ich zeige mal 490 Skins, gell. Alle Exklusiven, alle, alle, alle Pakete, alles gemacht, seit sie ist ein Null weg, alles gemacht, jede Herausforderung, alles, was es gibt, gemacht. Es wurde alles gemacht, alles, alles, alles freigeschalten, gleich am ersten Tag. Nicht so wie viele YouTuber da noch immer, da drüben, da die Stile. Das sind Fortnite-YouTuber, die haben den ganzen Tag nichts zu tun, als Fortnite spielen und zu streamen. Und haben nicht einmal, und haben nicht einmal, da gibt es noch von den letzten 3 Seasons, was zum Fertigmachen. Was soll denn das Casper Theater? Die sollen aufhören, der Frebs ist eine Witzfigur. So, das sind 490 Skins, gell. Das sind alle, alle, ich wiederhole, alle Rücknases wahr, was es gibt, alle freigeschalten, alles. Das sind alle Spitzhacken. Es gibt nicht mehr, außer in China vielleicht zwei Rucksäcke oder sowas, als ich jetzt mal wuschtkrieme. Das sind alle Spitzhacken, was es gibt. Das sind alle, alle, ich wiederhole, alle Gleiter. Alle, Exklusiven, alle. Das seltenste. Das sind alle Flugspuren. Das sind alle. Alle Tänze. Alle. Es gibt nicht mehr. Alle. Es gibt nicht mehr. Das sind alle Tänze. Alle. Alle. Dann haben wir ein paar Exklusiven. Da fehlen mir leider zwei Sprays. Das gebe ich zu. Zwei Sprays. Die habe ich nicht, ich bin nämlich dazugekommen. Wo sind die. Das sind die Wurfzeichen. Das sind die Sprays. Da habe ich ein paar Exklusiven. Leider fehlen mir zwei Sprays. Die kann man schon weg tun. Ja. Ja. Dann natürlich alle Waffen, alle. Es gibt es nicht mehr. Das sind alle Waffendesigns. Alle. Ja, aber lieber, lieber, ah King, ich bin jetzt in der 8. Und auf der Gnase und schaffe wahrscheinlich bis zur 10. Klasse durch. Dann fange ich bei meiner Fahrt an. Das, lieber Twitch. Ah, John Justin Chenow, ich komme aus Wien. Ja, super. Ich komme aus der Steiermark, aus der Südoststeiermark. Und ich bin ein Österreicher, ein Europäer. Und keiner in Europa hat so einen Account wie ich. Und es gibt es nur Ninja und Nova Hansis, die was gemurtscht haben. Und die haben dann mehr Skins und mehr Zeugwerk. Aber trotzdem, ist mir das egal. Ja, lieber Kevin, also was ich weiß, auf die I3 leider, da sind wir nicht dazugekommen. Der Spray, da war ja, glaube ich, da haben sie ja wieder den Spray. Leider, leider haben sie den hergegeben. Leider, leider. Da haben sie den, 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 glaube ich. Auf den haben wir zwei ja gewartet. Oder du hast den eh, glaube ich. Da haben sie, glaube ich, den hergegeben. Ja, macht nichts. Nein, ich bin ja. Ja, ich habe dich zu spät kennengelernt, lieber Kevin. Zu spät. Um ein paar Monate. Was wollte ich noch sagen? Ja, jetzt warte ich auf den lieben, lieben. Oh, hui, danke Kevin, danke. Super, super, dass das Video kommt. Nice. Und das andere, weißt du da auch schon was? Ich glaube, das war einmal in Australien, das andere Spray, ich glaube, das war in Australien. Das weiß ich nicht. Das dicke, das hast du nämlich, du hast das ja. Du hast ja alle Sprays, glaube ich. Die Exklusiven. Die Exklusiven. Der Tanz ist so geil, ich kann es euch nicht sagen. Das ist für alle großen Fortnite-Youtuber oder kleine Fortnite-Youtuber, die auf wichtig tun und nichts haben und euch Kinder alles Geld aus die Hosen ziehen und durch ihre Spenten und wichtig tun auf Fortnite. Jetzt sage ich noch das. Das ist alles Loser für mich. Alle. Ob es der Lenny, der SSU und der Frappes sowieso. Ist das Kasch? Wann hört es auf mit YouTube, bitte? Weißt du, wie das geht? Ich habe keinen Epic-Kont und kriege vielleicht Iconic. Ja, und Bugs West kommt auch, ist super. Schau, lieber Justin Schena, der Basme, der war jetzt von mir im Chat, das ist der liebe Kevin. Der Kevin, du gehst jetzt bitte auf ebay.de, da gibst ein Gamercode.net, das ist der Kevin, der kann dir da helfen. Du kannst mit ihm telefonieren und anrufen, der hilft dir. Was? Weißt du, wie das geht? Ich habe keinen Epic-Konto. Der Epic-Konto brauchst du schon. Und kriege ich vielleicht Iconic? Ich möchte... Kriegen musst du... Ja, mache ich gleich. Mache ich natürlich. Und dann steht dort, dass es einen Namen schon gibt beim Anmelden. Ja, wenn es dann schon... Wenn es dann schon... Wenn es dann schon... Wenn es dann schon... Der Kevin schreibt schon eine, lieber John. Schreib's miteinander. Ah, ja. Andere Sachen lade ich ein. Ein... Oh, Babykiller kriege ich Einladung. Okay. Jetzt muss ich schauen. Babykiller. Einladen. Dann... Jetzt muss ich noch den Twitch einladen. Den Twitch. Dann... Hi, grüß dich. Hallo. Ja, hi. Servus. Servus. Wie geht's dir? Gut, und sehr. Ja, danke auch. Gut, danke, danke, danke. Sehr nett von dir, das Fach. Sehr gut. Sehr gut. Ich lade noch den lieben Twitch ein. Okay. Ist auch ein guter Freund von mir. Ich mache heute... Ich wollte erst am Einus trimmen, aber ich bin beim Wohnung umsiegen. Ich habe mir eine größere Wohnung gekauft. Aber bei uns regnet es in der Steiermark aus Österreich, wo ich herkomme. Und dann haben wir das verschoben, eventuell auf Nachmittag. Aber ich habe mir zwei Wochen Zeit. Also ich tue mir da keinen Stress. Und die Hälfte der Wohnung ist eh schon ausgeräumt. Ich Nejali allerdings noch gar nicht schön. Du musst darüber hinlegen, wenn ich meine hauhe. Beich sind ja selbst haben wir zu lassen. Alles cool. Ich höre dir ein bisschen leise, wenn ich ehrlich bin. Ich schau, ob noch wer mitspielen will. Dann haben wir noch einen vielleicht, dann haben wir ein ganzes Team. Ich lad ihn Lukas ein, wenn er an ist. Warte mal. Danke, danke. Wie gefällt euch das King? Gefällt es gut. Okay, und dir lieber Twitch? Ja, mir gefällt auch gut. Ich finde diese Maske vor den Augen, finde ich irgendwie... Ja, hast du recht, hast du recht. Ich finde ihn auch nicht so schlecht, das muss ich auch sagen. Warte, ich las noch einen Lieben. Ich schau noch, wer ein stinketer Fuß ist. Ah, Lukas, Han Lukas, der darf nicht mehr spielen wahrscheinlich. Ja, passt, dann spielen wir drei. Also ich würde vorschlagen, wir spielen zwei Runden noch und dann beende ich den Stream. Ich hoffe, das Internet hält gut. Lieber Babykiller, du sagst jetzt die erste Runde an, wo wir hinfliegen. Und der liebe Twitch sagt dann die zweite Runde an. Und das war's dann. Ich hätte jetzt noch gebraucht, ja. Also wenn du jetzt noch... Jetzt spiel mit den lieben Twitch und dem lieben Babykiller. Und dann könnte man noch eine Runde mit dir spielen, lieber Nachbarsbuben. Weil ich muss dann echt wirklich mal schauen, weil ich habe noch ein paar Sagen zum erledigen. Ich war ein lieber, lieber Twitch war gestern. Ich meine... Bei mir kommt, bei Chris, in jedem Stream dabei. Nur dann liege ich da und dann schaue ich noch zu und schreibe nichts. Weil ich habe so viel am ganzen Tag zum tun und dann... Ab und zu wollen dann so viele Leute mit mir reden und schreien. Das ist mir dann zu anstrengend, gell. Aber ich bin immer dabei. Ich sehe dich auch immer natürlich bei mir. Kommt ein Chris dabei, lieber Twitch. Wo gehen wir hin? Lieber Babykiller, du markierst die erste Runde? Nein. Tiltet? Okay. Nein, ich habe mich tiltet. Unreguliert. Tiltet einfach. Ich bin wieder ein und mache so ein Team mit dieser Art. Nein. Natürlich habe ich gesehen, dass du da markiert bist. Und dann habe ich auch... Aber ich wollte auch tiltet. Ich habe gedacht, dass wir tiltet gehen, weil der eine da markiert hat. Ja, nächste Runde markiert der lieber Twitch und dann passt das schon. Das macht nichts. Also ich habe jetzt... Aber ich wollte auch tiltet. Ja. Ah, sieht jetzt fliehen. Aber ich habe jetzt den neuen Gleiter, also den Siegesgleiter hinein. Kann man auch dazu spielen, weil er eine sehr gute Kombi hat mit dem... Rucksack? Also ich lasse den glaube ich fast drinnen an, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin zu hoch, leider. Weil ich lande selten da in Tiltet. Das muss ich auch jetzt sagen, gell. Okay, ich bin zu... Ja, ich bin zu dritt in einem Haus. Ich habe noch keine... Ich habe noch keine... Oh, dieser teammate hat jetzt diese Kiste mal. Ja, okay. Nein, ich habe keine Waffe. Ey, gibt's das liebe Kinder? Wieso habe ich keine Waffe? Weg da. Nein, es... Nein, geh noch, geh noch, geh noch, geh noch, geh noch, geh noch. Geh noch, geh noch, geh noch. Du, der Autor habe ich gemacht. Du hast doch keinen Schutz auf der Kiste. Ah, jawohl. Kampfschutz flinkt dem. Ah, normale alte Baum. Pass. Ich habe schon eine Waffe. Waffe. Jump Pass. Ja, nice. Geh ich mir irgendwo? Okay. Ich brauche Waffe. Hast du gar keine Waffe raus? Nein. Ich such gerne für dich jetzt eine Waffe. Babykiller, komm her, ich habe Waffe für dich. Ich bin, ich bin oberhalb. Ich merke Babykiller. Da ist eine Kiste auch noch. Babykiller, da. Nimm den, nimm den. Passt. Okay. Oh, nice. Danke dir, liebe Twitch. Also kurz, ich muss mich kurz aufs Spiel konzentrieren und nicht auf den Chat. Es tut mir sehr leid, geh. Weil es uns da Versorg wieder dauert. Okay, Gegner, komm, die sind wohl. Ich versuche lieber zu Granate zu werfen. Ja, okay. Okay. Jetzt ist der ja mal. Eddie, ich wurde getötet. Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Deiner wollte mir grad schon helfen. Gezwitsch. 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 Nice. Nice. Du hast stößt. Ja, von dem habe ich jetzt Schaden bekommen. Wie kann ich Schaden bekommen? Und eine Pum. Warum kann man Team mit dem Schaden geben? Ja, vielleicht ist ein Bug. Was der ja vergisst, dann spinnt sowieso. Ich glaube, das liegt noch Gegner. Mein Tipp ist immer. Du brauchst keine Reaktionen. Leider mehr. Du hast keine Messer. Okay. Ich veranschaue dich so leider nicht. Okay. Du brauchst keine Reaktionen. Leider mehr suchen. Ich habe gar keine Messer. Du hast geschockt. Ich habe sofort mit dich abgeknackt. Von dem. Grüße ich mich in der Zone. Das ist eben gut. Also ganz liebe Grüße. Der Twitch spielt mit mir. Das ist der Twitch. Ein sehr guter Spieler. Und ein super Freund natürlich vom lieben Mirko und vom Triss. Von Stevie-WWG-Clan. Also ein YouTuber natürlich. Geil Twitch? Oh, nice Revolver. Und natürlich Arlesio von Prime Mode. Genau da ist die Grüße. Ich habe mich. Ich kann nicht mit meinem Bruder pennen. Aha. Lieber Babykiller. Ich habe ein Medikid für dich. Medikid für dich. Babykiller. Wo bist du? Ah, hier. Ich komme runter. Hier. Ich bin hell, sorry. Ja, Sir. Hier. 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 Ich habe mich. Hier. Hier. Ich habe noch 25. Ja. Ich habe 62. Ich droppe dir hier oben. Was? Ich droppe dir hier oben. Hier. Ich habe getroppt. Hier oben. Oberhalb. Oh. So. Blaue Pumpkin, alte. Wenn du brauchst. Oh ja. Ich habe nur anders. Ja, ja. Passt schon. Nimm nur. Passt schon. Und jetzt müssen wir zu den anderen zwei helfen. Zu den anderen zwei Helfer. Ja. Ich komme jetzt. Oh. Perfende. 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 Halt hit. Schwere ein hit von mir. Schwere ein hit. Perfende. Ja. Perfende. So. Jetzt scannen. Ey. Sprocken. Wer ist das? Ich hilfe mich nicht für wen. Twitch? Komm mal her. Twitch braucht Heilung. Na ja. Was denn sieht denn los? Dann habe ich einen Hit gegeben, hey. Kann ich mal Jumper ziehen, weil ich spiele lieber mit Traps oder irgendetwas? Ich habe auch einen Jumper. Ich gebe dir die Traps. Hier. Hier hast du den Jumper. Nein, lass uns Jumpe, lass uns Jumpe, weil ich bin ja nicht so schlecht beim Mann, ich bin ja schlecht beim Mann, wie heißt das, wann du auch selbst? Ich hab auch einen Kreditschern, nein. Deutsch Mini, Deutsch Mini für dich? Ein Verbänder für mich, brauchen wir die Folge. Nice, gut gespielt, Bursche. Aber Twitch, bitte von hinten kommen, dann hab ich einen Shot an Sachen gegeben. Lieber Twitch, schauen wir kurz her, bitte. Definitivieren, lieber Babykiller, wie passt diese Wellenfarbe, was hab ich jetzt genommen, hab ich einen Verband genommen, passt der Verband? Das passt gut zu deinem Mund und zu deinen Haaren, weil bei deinem Mund ist auch so ein Verband, mit deinem Arm auch. Okay, dann lass ich das, oder? Zu deinen Haaren, wenn du. Dann lass ich das, okay, danke, danke für eure Hilfe, Babykiller und Twitch. Ich hab gar nicht, ja, vielleicht, oder? Ah, Babykiller hab ich auch nicht. Ich hab die Link gekracht, die Babykiller zu spenden. Okay, auf der Seite, bleib dich mal. Okay, hau-te, bleib den Balsch, dann hab ich den Balsch, dann hab ich den Balsch, weil mein Handy da rausgeht. Aha. Da sind fünf Verbände, kann ich nicht mehr Verbände machen? Ich habe fünf Verbände, ich habe fünf Verbände. Da ist noch so eine grüne Rolle. Ganz oben bist du? Nein, hier. Warte mal schauen. Warte mal schauen. Ich habe ein bisschen so eine Orientierungsschwäche, wo einer gerade ist. Ja, habe ich Verbände. Gehe ich. Ja, das könnte ich nicht... Oder warte ich ganz oben. Ich fasse diese... Oh, ich fall gleich wieder ruhig. Bro, warte. Ja, du kannst. Ja, du kannst. Ja, bitte. Ja. Da. Ja, geht schon, ja. Ja, das ist gut, ich kann es schneiden. Danke, danke. Zone kommt, Zone, wo gehen wir hin? Twitch, sag du an Zone. Wohin? Kommt der? Ja, geh du einfach vor, Twitch. Wir gehen die nach. Ich habe Gleitern in Bayer Welt. Ich habe äh... Gegner, Gegner von... Okay. Ja, ich habe es gesehen. Wo, wo? Wo sind die Gegner? Ja. Ob ich denn mitgehen? Nein. Gleich. Ich schliebe keinen. Sie kommen nachher. Okay. Ich bin echt irgendwo Schiss, aber ich weiß nicht. Ja, ja, passt. Schau auf die Karte. Wir haben gott ein Twitch. Ja, ich muss jetzt kommen direkt zu dir. Ich bin bei dir. Kommt am besten direkt in den Kanal. Okay. Ja, ist nicht so. Ich habe jetzt selbst einen Schaden gemacht. Wegen Fallschaden. Auch nicht. Auf die Map schauen. Nachkommen. Oh. Das kann jetzt auch... Warte, ich komme jetzt mit... Das hier raus. Ich kann selbst nicht. Unten drinnen. Ich habe einen Info. Ich bin vorhanden. Fast einen Blasing. Warte, ich bin vorhanden. Ich habe einen Blasen. Ich habe den Blasen. Ich bin vorhanden. Ich habe einen Blasen. Und leise, ich habe einen Blasen. Ich muss die Blasen haben. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich war schlecht am schlechtersten. Na ja, passt du Babykiller, alles gut, alles gut, alles gut. Ich bin gar nicht so gut aufgewärmt. Ich bin gerade für ein paar Minuten aufgestanden. Ich muss die Zeitung aussteigen. Ah ok, meine jüngere Schwester ist auch bei der Zeitung angestellt. Weil sie hat einen Sohn mit 1,5 Jahre und macht auch mit der Zeitung. Das verstehe ich, das verstehe ich. Wie es jetzt zum Schluss war, der liebe Twitch hat gesagt, der ist slow. Dann habe ich das g'scheckt, aber Babykiller... Ja, ich auch, ich habe verstanden, der ist slow, dann fühle ich sofort pushen. Ja, ja, aber dann haben zu viele geredet, dann haben zu viele geredet und dann bin ich nicht mehr zusammengekommen. Wenn ich mich da konzentrieren kann, dann hätte ich den locker geholt. Wenn du zu viele, warum? Das glaube ich ganz wichtig... Wenn du das naens Feedback, dann bin ich ganz wichtig... Dann bin ich perfekt, wenn du dich in meinem Sechsten oder so... Also lieber Nachbarsburen, ich lade jetzt ein. Dann sind wir zu fit ein Team. Jetzt muss ich mal schauen, wie du heißt. Jetzt habe ich es... Ich vergiss, ich kann mir nicht alles merken. es tut mir sehr leid, lieber Nachbarsburen, ja bitte laden ihn ein, weil ich merke mir die ganzen nehmen halt den elf, du Kevin mach mich nicht wüt, mach lieber halt den elf, Kevin nehm ich mal einen Renegade Rider oder? Na, danke lieber Kevin, hi grüß dich, servas, aha, wenn du Renegade Rider nimmst, dann schwitzen alle immer auf dich. Ja das stimmt, das stimmt leider, hi grüß dich Nachbarsburen, wie geht's dir? Gut, gut und selbst? Ja danke, auch gut, danke, also heute in meiner Runde begrüße ich ganz herzlich den lieben Twitch, den lieben Nachbarsburen und den lieben Babykiller, ja und wie gesagt, das ist jetzt mein 409. Skin, der war heute im Itemshop, der war gestern drin, der Vector und der Focus, ja ich finde ihn ganz cool, der Twitch sagt auch, ist ganz cool und liebe Babykiller auch und was sagst du Nachbarsburen zu dem neuen Skin? Ich muss ganz ehrlich sagen, die neuen Skins und so, da interessiere ich mich nicht wirklich für. Ok, aber du hast ja neun an. Neun Tricks. Ist auf jeden Fall gewenigungsbedürftig würde ich sagen. Ja ja ja. Ok. Keine Ahnung. Das ist alles so, wie es ist. Ich hab halt ein, vielleicht zwei Skins, die ich überhaupt spiele und. Ja, ok. Ja, weil ich weiß schon, dass die Fuß, ja nur haupt so wie sie kein Fußball-Skin mehr. Das muss ja sagen, weil der ist dann schon so ausgelutscht, das kannst du gar nicht vorstellen, ne. Die ganzen Leute, die Season 6 und Season 7 angefangen haben, diese richtige Sucht, die 24 und 7 zocken, die kaufen sich den Skin. Ja. Und dann nehmen die den nur, um andere Leute abzufucken, die den auch hier hatten. Ja, ja, ja. Ja, das stimmt, aber schau, man muss ehrlich sein. Ganz ehrlich, ich schau ein YouTuber zu. Das sind YouTuber, die haben 20 Skins im Spind oder 30 und dann spielen sie immer nur mit Fußballer. Und sonst, die haben ja kein Geld. Ich meine, man muss jetzt leider sagen, sie sind 70 Prozent, sind sowieso arm, was die spielen spielen, geistig und finanziell. Haha. Ja, es ist so. Und dann haben sie ein Neid. Und dann haben sie ein Neid. Sie haben einfach ein Neid. Und es ist einfach, sie sind einfach arm. Der Neid ist, der Neid ist das Menschenuntergang, leider. Es ist so. Das ist eben. Ja. Ja. Ja, bitte. Es ist eigentlich komplett egal, was Leute für Gegenstände haben, hauptsache ich jetzt nicht so. Richtig. Richtig. Ja, richtig. Genauso wie du das sagst. Aber leider ist das nicht so, weil 70 Prozent der Kinder, Jugendlichen haben ein Neid. Weil du siehst das, wenn du mit einem Kind spielst, sie gehen gleich auf dich. Wenn ich mit dem Mond auskimm, mit dem Galaxy oder mit dem Renegade, sie gehen alle auf dich, weil sie ein Neid haben, weil es nichts rum. Ganz einfach ist das. Wollen Sie gehen? Wollen gehen wir? Gehen wir seine Steps zu viert? Ja. King, ich bin ehrlich, ich habe mir das Handy zur Konfirmation gekauft. Ja. Und dann habe ich nicht mal gewusst, dass es den Skin gibt. Ja. Und dann habe ich das halt erst später erfahren, dachte mir so, ja cool, ich spiele ja eh Fortnite. Ja. Ja. Ja, halt einfach toll, weil mein Handy war eh im Arsch, so gesagt. Ja. 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 Ja, halt einfach toll. Zeigst du, warum hast du das? Zum Beispiel, zum Beispiel mit dem Iconic Skin war ich weltweit auch einer der Ersten, weil ich habe das Handy in Österreich als S10 Plus für meinen Sohn zehn Jahre vorbestellt. Ja. Und jetzt, ich meine, drei, vier Monate später, ich meine, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel, äh, 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 spiele ich gar nicht mehr, gell? Und der, was jetzt Iconic spielt, der ist schon so ausgelutscht, der ist gleich wie die Fußballskins, gell? Ja. 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 Ja, ich meine, außerdem, äh, außerdem von hundert, von hundert, von hundert, was den Skin haben, gell? Haben sich fünf, äh, achtundneunzig einen Code gekauft. Achtundneunzig, gell? Und nicht, und... Das regt mich noch auf, du. Ja. Aber es ist... Vor allen Dingen, ich kann dir jetzt sogar im Wild schicken, dass ich das Handy habe. Ja, ja. Ja. Juhaa. Oh no. Aber es ist egal, weil mir ist es ja wurscht, weil ich hab'n sowieso. Hey, da steht wer drin. Martielle Gegenstände sind es nicht wert. Ohne Geld kannst du auch glücklich sein. Ja, richtig. Ja, das stimmt. Vollkommen. Das einzigste, was für mich wert hat, ist meine Familie, Mensch. Richtig, Familie, Freunde? Ja, Freunde und so. Da ist Gegner bei mir? Ja. Okay. Habt ihr es? Nach einer. Ja. Da ist noch einer gewesen, den hab ich schon schön angehebte. Naja, das war sein Teammate. Ja, ich hab, ich hab hier, also... Ja, das war... Nachbarsbund, ach so, du bist ja weit drunken, wo bist denn das? Ah, du bist da drunken. Ja. Ja. Ja, der ist Longshot. Ja, nein. Ich hab den einen gesehen, aber ich sitze nicht mehr da drin. Auch dann ist das schlecht. Aber wie gesagt, das ist vollkommen wurscht. Nur, man muss ehrlich sagen, lieber Twitch und das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist ganz einfach das. Das sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Jeder, fast... Also, ich sag jetzt von 10, 8, 10, 12, 14, 16 irgendwas zu spielen, haben einen Neid. Ja. Und das ist die Wahrheit. Und fertig aus. Ja. Es ist eigentlich egal. Materielle Gegenstände haben keinen Wert für mich. Ja, ja, das stimmt. Aber leider, leider für... von 100 Kindern für 98 schon. Das ist die Wahrheit. Das war das schon. Ja. Nein, Neid hat man nur, wenn man weiß, dass man es nie bekommen wird und... Ja. Nein, Neid hat man nur, wenn man nichts hat. Und wenn man schlechte Erziehung hat von den Eltern. Fertig aus. Und das haben leider von 100 Kindern 95 und das ist die Wahrheit. Und damit hat sich das. Ja, ja, Kevin. Das war jetzt nichts gekippt. Das ist ja logisch für die, Kevin. Weil der liebe Kevin, der Basme, hat natürlich auch die Codes für die... Iconic Skin. Iconic Skin, genau. Das ist ja mein Freund und der muss Geschäfte machen. Das ist sein Leben, er hat eine Familie und das passt alles. Und der liebe Kevin auf ebay.de ist ein 100% Ebay Plus Händler. Also bitte gerne zu ihm schauen. Also der hat noch nie... jeder Code tiptop 100% auch frei und einfach super. Nur... Wie können wir schwer? Nur... Nur... Ja, 40 Euro kostet der bei meinem Freund. Glaub ich. Der Honour. Der Honour. Meinst du einen Honour? Twitch? Einen Honour? Äh... Ne, ich kauf... Mein Handy. Kink mein Handy. Ja? Die Platine ist kaputt. Und da bekomm ich wahrscheinlich das Honour P 20. Honour 20 irgendwas. Ja. Dann kann ich mir den wahrscheinlich hier holen. Weil ich mach das lieber auf legalem Weg an der Stadt zu gehen. Ja, ja, ich auch. Ich auch. Und das... Ich auch. Ich geh... Ich mach mir das Handy geliebt. Nein! Nicht nur erst. Alles gut. Ja. 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 Ich bin... Ich bin... Ich will das lieber so sagen... Oder... Ne, du erst. Wir reden immer gleich... Nein, nein, passt schon. Aber schau... Lieber Twitch. Ganz ehrlich, wenn du das jetzt so sagst, dann ist dir das aber auch wichtig mit dem Skin. Hey, was ist das? Verstehst du? Was ich meine? Ne, mir ist es einfach nur... Wie? Meinst du? Ja, zuerst hast du gesagt, die Skins und so sind nicht so wichtig, oder was weiß ich. Aber im Endeffekt hast du jetzt gerade gesagt, beim dem Handy und beim Skin auch. Weißt du, was ich meine? Weil wenn dir das nicht wichtig wäre... Ja, klar weiß ich, was du meinst. Aber trotz. King. Wenn ich jetzt entscheiden würde, den scheiß Skin oder meine Familie. King. Ja, das ist klar. Das kann man ja gar nicht vergleichen. Das ist... Schau, für mich, ganz ehrlich, lieber Twitch, ich besitze weltweit... Mein Account gehört zu den 20 Centigen, der ist 17.000 Euro. Und 17.000 Euro ist nichts. Verstehst du mich? Ja, klar. Schau mal einen Standardskill an, der kriegt von euren Spenden, von den Kindern. Kann ich dir ein Lamborghini um 250.000 kaufen. Ist jetzt ein Lamborghini wichtig fürs Leben? Twitch, wohin gehst du? Na, also... Ja, lieber Tschuldigung, lieber Nachbarsbum, Tschuldigung. Bitte, bitte, sag was. Äh, ich wollte nur sagen, dass ich einen Slopper für dich habe, dass du dich voll saufen kannst. Ah, nice, nice, nice. Wo bist denn du? Ah, du bist da oben. Ja, kannst du mitnehmen oder sonst komm ich rauf? Ah, ich komm rauf. Kann ich fliegen, glaube ich. Ja. Okay. Gut, dann... Ah, du bist da unten. Na ja, bis da unten. Ich komm zu dir rauf. Ich bin schon bei dir. Ah, so, wo ist denn der? Das wäre auch da drüben. Ah. Ah, ich bin beim lieben Nachbarsbum. Hi, hi, lieber Mirko. Servus. Heute ist bei mir der liebe Twitch. Der ganze Lieber. Der ganze Lieber, der Twitch. Wie geht's denn Mirko? Also der Twitch sagt auch, muss ich sagen. Ganz korrekt von ihm. Die Zone kann Burschen. Ich hab leider kein Pumpkin. Ich hab gar nichts durchs Rennen. Ah, der liebe Twitch sagt auch, das King ist gar nicht so schlecht, der neue da. Muss man, muss man ehrlich so sagen. Also der Fokus King. King bei mir sind Gegner, aber bei mir ist auch Topkin und so. Ja, warte, ich hab nicht einmal Pumpkin durchs Rennen. Ja. Ja, dann kann der fliegen. Komm, ich liebe noch ein paar Pumpkin. Ah, ich kann wieder kommen. Ah, ich kann wieder kommen. Ah, ich kann wieder kommen. Ah, lieber Lieb... Oh, komm. Ah. Liebe... Liebe Grüße. Twitch, ich komme... Entgegner ist irgendwo in der Linie. Ah, Twitch. Ich sollte liebe Grüße von Mirko sagen, bitte. Zurück. Also... Schöne Grüße zurück. Haha, schöne Grüße zurück, ja. Oh, shit. Wo mein Bus wurde wiederbelebt. Okay, ja, ich bin leider noch in der Zone. Oh, doch, der ist ein Gegner. Twitch tut es rechts. Da knallt jemand. Oben. Von oben. Ja, ja. Hi, Risi Hyper, servus. Hey, was, Risi... Risi Hyper? Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Bist du der Alex? Oder wie? So muss ich weiterarbeiten. Hey, ein schöner Tag noch, lieber Liebzau. Arbeiten. Ich komme jetzt nicht mehr aus. Pass auf, der eine ist slow. Elf ist 40. Oh, okay. Okay, nein. Komm rein, komm rein, komm hoch, komm rein. Ich komme. Ich komme. Ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Ich bin zufrieden. Du bist der Alex. Du hast vorher was geschrieben. Ich kann mich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr selber sein. Das ist unter dir nicht. Da hat vorher irgendwer was geschrieben über dich. Nein, das ist junger Mensch. Da drin ist wer. Achso, das war gar keiner. Hat wer Munition? Irgendwas? Oder Sniper? Sniper-Muni? Ja, ich habe ja zu mir. Ich habe für alles. Ja, danke. Kann niemand Stumme der Muni geben? Ja, ein bisschen Sniper, ein bisschen John Wick und ein bisschen Bump. Nur wenig Bump. Passt, danke, reicht, 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 reicht. Oh nein, warte, 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 warte. Reicht, reicht, reicht. Ich bin doch auch Trank und Kleiner. Nein, den brauche ich nicht. Ja, den brauche ich. Ja, danke, danke, lieber Twitch. Hat irgendwer noch... Moment, komm her. Nein, jetzt habe ich genug, danke. Hat irgendwer noch... Ja, okay. Wir haben es gleichmals. Normale Trankern. Ja, ich bin ein bisschen. Hat wer normal. Hab ich Munen gedroppt für die, die brauchen. Danke, nice und dir. Super, nach dem Sturm. Ich komme. Sorry. Ich gebe dir. Da ist noch Loot, da ist noch Loot. Oh, shit. Ich brauche meine Eiermann zurück. Also was ich gebe dir, weil ich habe ja, was wird denn sagen. Ich nehme die blaue da, dann nehme ich noch... Wer braucht die, wer braucht kleine Moni? Wer braucht Moos, wer braucht Moos. Ich brauche Eiermann. Okay, Eiermann. Hast du genug jetzt das? Ich habe jetzt erst mal genug. Ja, ich muss sagen. Hat wer... Hat wer... Hat wer... Hat wer... Hat wer Lagerfeuer... Hat wer Lagerfeuer... Hat wer Lagerfeuer... Hat wer Lagerfeuer... Lagerfeuer... Lagerfeuer, ne. Ne. Weil ich bin fast down. Babykiller, da sind noch Verbände. Zohne kommt. Ich habe keine... Ich habe Dampel. Hier bei mir Verbände. Ach, genau. Ja, sonst... Und wir müssen erst in Zone hinein. Ja, jetzt habe ich es nicht mehr mit. Jetzt habe ich es nicht mehr mit. Jetzt habe ich es nicht mehr mit. Egal. Scheiß drauf. Ich habe eh Schild. Ja, findest du von den Megas drüben. Mit 200.000 €. Ich will jetzt immer ein paar Ohren für den Skinhandel wollen. Ha, 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 ha. Was willst du? Nein, nein. Ja, nein. Kling, hinter dir! Jetzt bin ich schon gleich. Ich muss rennen. Ah, ich schaff's noch in die Zone. Ah, ich habe Gleiter. Ich tipp. Ja, geh mit weiter. Hol mir Medikloch. Halt sie. Oh. Oder wer kann. Ich bin in die Zone gegangen. Wissen, warum man mich heilen kann? Warum? Da müssen wir aber schnell jump in placeen. Ich bin in der Zone gegangen. Ja, mein Jumper sitzt dort bei meinem Loot. Da ist die Jumper. Nimm mir meinen Karte. Ah, ich habe, ja. Oh, da ist ein Kugler leider. Bei mir da ist ein Kugler. Ich brauche Heilung. Ich brauche Heilung. Ich habe aber ein Lagerfeuer. Ja, aber ich bin schon beim Wiederbelehen. Warum? Ich kann jetzt nicht mehr zurück. 10 Sekunden, ich bin tot. Oh Gott, nee. Ich bin jetzt gleich in der Zone. Nice. Ich flieg schon zurück. Ich habe Gleiter. Ich rolle, ich rolle. Ich probiere mein Bestes. Ich probiere mein Bestes. Ja, ja. Mit meiner Pistole versuche ich auch. Ah, das sind Gegner, oder? Das sind Gegner, das sind Gegner. King, 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 king. Komm, am besten zu mir rein. A, okay, ist egal. Ich komme... Ich komme... Ah, ich habe jetzt nicht mehr. Ich hoffe nicht, ich habe nichts bekommen. Ich habe nichts bekommen. Ich komme auf den Kopf. Ich habe nichts bekommen. Nein, ich habe nichts bekommen. Ich habe nichts bekommen. Ich schätze, heute Abend wird vom Ladebildschirm 10 kommen, heute oder morgen, der ist ein Wegpunkt, der holographische Wegpunkt-Skin um 20 Euro, irgendwas mit aus dem Wibach, der ist geil dann, auf den freu ich mich schon sehr. Ein Kind will jemand mitspielen, wenn jemand will, dann geh ich einfach raus. Nein, nein, du bleibst bei mir. Wir spielen jetzt noch eine Runde. Ja, weil ich das mag, ganz einfach. Weil du ein sehr netter, nein, das mag dir nichts, wir machen Spaß. Weil du ein sehr netter, lieber Junge bist, ganz einfach. So, jetzt bitte, lieber Twitch, markier du. Oder dann ein Nachbarsturm. Ihr zwei macht euch das aus, wo wir hinfliegen. Das kann, glaube ich, noch eine Runde und dann... Ja, ja, passt. Ich muss ja auch. Also ich darf's nicht verschreien, aber heute bis jetzt kein Streamlack. Und gestern und vorgestern immer Streamlacks. Ich weiß nicht warum. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ich versteh das nicht. Ja, schau. Du bist ein Loser für mich. Ein Loser. Du bist ein Loser. Ein Loser bist du für mich. Ein armes Kind. Wo gehen wir hin, lieber Twitch oder Nachbarsurm? Wo gehen wir hin? Wie ist das eigentlich? Das ist mir egal. Aber wer hat wo markiert? Ich muss ja schauen. Hat wer schon markiert? Auch bläschend? Ui. Ui. Gefährlich, gefährlich. Aber wir probieren. Gefährlich. Aber wir haben ja einen Twitch und Nachbarsurm. Die zwei sind ja super Spieler. Dann machen wir das schon. Werfen mit Hunderten und Tausenden alles um sich laut YouTube. Und im Real Life sind sie geißig und wollen sparen, wo sie können. Aber Neustream ist ein Völkern für sich. Hast du vollkommen recht. Lieber Kevin, darum bist du mein Freund, weil du die Wahrheit sagst. Das sind einfach alle arm. Nicht nur finanziell arm, sondern arm im Kopf auch. Die meisten großen YouTuber. Und noch ärmer sind die Kinder oder Jugendlichen, die dein Geld spenden. Das muss ich auch sagen. Hing ich da unten, okay? Okay, nice. Rechtes Haus war Gegner. Wir sind welche. Ja. Okay. Du bist genau gegenüber. Ja, nice. Scheiße. Oh, scheiße ist der Low. Ja. Ich bin insgesamt 93 gedrückt. Ich bin 93 auf White gedrückt. Ich bin jetzt auch noch in der Mieselung. Okay, warte, wir kommen. Ich komme, Buh. Ich habe eine schlechte Waffe. Ey. Deswegen hast du zwei Waffen. Ich habe eine schlechte. Ich habe nur eine Waffe. Ich habe nur eine Waffe. Schreibe. Okay, egal. Jetzt habe ich hier eine bessere. Ich komme endlich. Ah, das One-Shot. Scheibe. Scheibe Gleiser. Ich wollte zum Nachbarsbum kommen. Ab ihm. Nice. Cool. Oh, was. Mach nichts. GG. Ich wollte den Rennen voll deine Karte holen. Ja, passt schon. Vier hat der Nummer. Nein, was. Ja, mein. Ich freue mich, dass ich einen Karte holen werde. Den haben wir schon gespielt, seit dem ersten Tag, wie er rausgekommen ist. Das ist ja auch klar. Oh, der Pascal Hafner. Hi. Servus. Mach mal ein saftiges Gämbli. Ja, jetzt mit den drei lieben jungen Männern da. Mit dem lieben Twitch vom WWWG-Klan, vom YouTuber, vom Mirko, vom Steely WWWG. Dann der liebe Nachbarsbum und der ganz der liebe auch Babykiller, gell. Das sind alle die, die mit meinem Stream sind und immer bei meinen Skin-Vorstellungen dabei sind und das freut mich. Da möchte ich mich recht herzlich an euch drei bedanken. Natürlich seid ihr herzlichst eingeladen, bei meinen nächsten Skin-Vorstellungen wahrscheinlich morgen oder übermorgen, mit dabei zu sein. Dann spielen wir wieder ein paar Spiele. Ist das in Ordnung für euch? Ja. Ist das in Ordnung? Dann möchte ich mich bedanken. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und bleibt brav, ehrlich und habt keine Neid und gönnst die Menschen. Und bleibt das Wichtigste, bleibt gesund. Okay. Ja. Tschüss. 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 Baba an euch drei. Danke, danke. Danke. Tschüss, Baba. Ebenfalls. Tschau. Danke. Danke. Ja, also wie gesagt, heute im Item Shop ist gekommen der Focus Skin. Also die drei jungen Männer, die jetzt bei mir waren, der Babykiller, der Twitch, Sesament und der liebe Nachbarsburm, haben gesagt, finden das Skin ganz cool. Ich muss auch sagen, ich finde den cool. Mit dem Rückenaccessoire Nunchako. Und ja, ich habe jetzt dazu, habe ich den Verband gewählt. Und ja, da kann ich hin und her, entweder nehme ich das Neon, das passt auch zu dem Rucksack hinten, oder den Standardkleid, das ist meine Empfehlung. Aber jeder, wie er will, weil es ist mir eigentlich auch egal. Und ja, das war's. Wie gesagt, das war's. Da sind alle die, was die letzten, alles Kinds, was die letzten 14 Tage, Sommertage und was halt so gekommen sind. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Viel Spaß. Bleibt gesund. Und lieber Pascal, grüß dich. He, Sesking, Kevin. Was gibt's Kevin? Was denkst du noch, Kevin? Kevin? Ja, also dann, wenn der Kevin jetzt noch was schreibt. Ansonsten war das mit dem Stream. Ich bedanke meinen lieben Basmers, der kennt bei mir, was bei mir ging, gerade alles. Was? Aha. Bei mir hing... Ah! Okay. Ja, wenn bei dir alles hing, aber ich hoffe nicht das Wichtigste. Hahaha. Da hängt es immer. Also YouTube-mäßig. Ah, okay. Nein, bei mir läuft's ganz gut. Dann lieber Kevin, danke. Wir telefonieren sowieso immer, jeden Tag fast. Liebe Grüße an deine Kinder und an deine Frau. Und vielen Dank lieber Pascal, an Rissi Heiper, StiliWWG, Mirko, an Nachbarsburen, John, Justin, Chainer. Alle die, die bei mir im Stream waren. Pecho. Ja, vielen Dank an alle. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bleibt gesund. Und danke. War... 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 Entschuldigung, schaut euch alle beim Pascal, der ist ein ganz lieber Österreicher und macht auch Youtube-Streams und spielt sehr gut auch. Schaut euch alle beim Pascal auch bitte vorbei, lasst ihm ein Abo da und spielt mit ihm, der ist voll korrekt auch. Dann möchte ich mich bedanken, tschüss, baba, bis zum nächsten Skin.